Das Chaos geht weiter in Marooners mit Roman. Hallo lieber Roman, das geht. So, ich bin mal wieder der Höhlenmensch und Leute, wir haben uns dieses Mal, hör auf Roman, lass mal. Und wir haben uns dieses Mal gedacht, wir spielen einfach mal mit mehreren Bots und zwar ist Roman dieses, oh nein, ich bin tot. Ich bin die Weiße, die gerade den Top abgestaubt hat mit 25 Mützen. Und Roman ist dieses weiße Mädel hier mit dem Pömpel. Ich bin eine Kleopatra mit einer Pömpel. Junge, das ist so assi, das Spiel. Oh yeah. Oh, merci, merci beaucoup. Und bitteschön. Okay, ausgetrickst, sehr gut, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Chaos Min. Aber du hast es nicht explodiert, Chaos Min. Da muss er jetzt, mit den Bots ist es nochmal ein bisschen interessanter. Wir haben am Anfang gar nicht gewusst, dass man die Bots einbringen kann, aber das geht anscheinend. Junge, die Botzen so krass. Junge, die Botzen so krass. Die Botzen so stark. Okay. Blumen Defender. Okay. Oh yeah. Oh, 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 oh. Da oben ist ein Diamant. Ich weiß sowas von, dass ich hart ablosen werde. Oh mein Gott. Lars, ich sag's dir, diese Bots sind so schlimm. Nein. Was hast du dir eingestellt? Hast du dir auf Killer eingestellt? Ich bin runtergefallen. Nein, Mann. Die sind auf ganz... Du kannst da gar nichts einstellen. Auf ganz normal. Oh, Schwefelbecken kennen wir noch gar nicht. Schwefelbecken. Nein. Der gelbe Bot hat mich einfach so da runtergehauen. Okay. Sobald einer halt raus ist. Sobald halt einer raus ist, geht die nächste Runde direkt weiter. Okay. Komm schon, gib mir doch einen Einzelnen. Oh mein Gott. Da ist dieser Bot, der mich die ganze Zeit schlägt. Das geht so schnell. Ho, 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 ho. Oh Mann, jetzt bin ich gestorben, Mann. Was soll denn das? Bin ich aber als Geist wieder mit dabei. Ha, 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 ha. Oh mein Gott, diese Bots sind so brutal stark. Hier bin ich doch am Stüßel. Hä, wieso bin ich runtergefallen hier? Ich habe doch noch gelebt eben. Ich muss diesen Bot unbedingt loswerden. Hä, wie unfair. Bin ich mal runtergefallen. Ich bin hier runtergefallen. Ich bin hier schon tot, Mann. Das ist so blöd. Wenn du da einmal gestorben bist, kann ich aber andere noch schlagen? Nee, ich bin einfach nur so ein Geist. Geister können einfach nur so herumlaufen. Kristallhöhe. Da lebt noch jeder. Sammel alles ein. Und das sind aber gerade alle systematisch am Einsammeln, Mann. Ich habe noch nie Leute so systematisch... Oh. Alter, dass die einfach direkt auch drauf prügeln. Diese Säcke. Ich bin hier leider gestorben. Ich will nie wieder mit Bots spielen. Die sind voll assi. Ich bin leider hier gestorben. Alter, Junge. Alter, Schwertfischte. Ja, aber hier bin ich auch tot. Das ist so nervig. Ja, aber ich kriege die auch nicht. Wie soll ich denn die kriegen? Ich hüpfe jetzt einfach hier nur durch die Weltgeschichte. Ja, Schwäfelbecken. Schwäfelbecken. Komm, schubst die runter, Mann. Sonst wird es nichts. Hau die mit dem Lineal ein. Und drauf auf den... Okay, den habe ich auf den Dötchen. Komm, komm. Oh. Doch, ich habe getroffen. Ich habe gehittet. Ich habe gehittet. Chaos, Min. Yo. Alter, der kommt nicht an dieses dumme Item dran. Oh, ich bin so dumm. Ich habe da gerade eine Bombe geworfen. Da muss ich echt aufpassen. Ja. Let's go. Den hätte ich gerne. Let's go. Let's go. Den habe ich gekriegt. Oh Mann, ich bin hier auch gestorben. Ey, da stand gerade, wollen sie das Spiel verlassen? Nein, ich will nicht dieses Spiel verlassen. Ich muss das Spiel verlassen. Ich bin einfach überall tot. Ah, da sind gerade alle gestorben, Mann. Hast du es gesehen? Es sind einfach alle in die Luft geflogen. Hier bin ich aber auch tot. Oh nein, ich bin nur der Geist der vergangenen Weihnacht. Schmeiß sie runter. Schmeiß sie runter. Schmeiß sie runter. Schmeiß sie runter. Alter Mann. Schmeiß sie runter. Schmeiß sie runter. Schmeiß sie. Ist sie auch tot? Ja, die ist die Letzte. Die hat da gewonnen. Die hat gerade den Topf gewonnen. Und hier bin ich einfach bei meinen gestorben. Sag mal, wie dumm bin ich eigentlich? Da ist der Topf. Ich hole ihn mir einfach. Oh nö. Als Geist kann man ihn nicht bekommen. Ich habe es geschafft, aber ich komme nicht an den Kopf dran. An den Kopf. Ich komme leider nicht an den Topf dran. Okay. Alter. Das ist es. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich glaube, ich bin nicht erster. Oh mein Gott. Wie viel holst sie denn auf? Oh mein Gott. Wie viel hat sie denn? Bitte, bitte. Oh mein Gott. Die Gelbe war so mies, Mann. Aber ich habe drei Punkte mehr als du. Wow. Wegen drei Punkten. Boah. Die Gelbe war so brutal, Mann. Ah, verdammt. Ich bin fast level up. Oh mein Gott. Okay. Komm. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Let's go. Stein an der Platz. Oh mein Gott. Dieses Spiel ist so ein absolutes Chaos. Okay. Einfach nur Geld sammeln. Einfach chillig Sachen sammeln. Items nehmen. Einfach chillig, chillig, chillig. Versuchen nicht zu sterben. Oh, ich bin tot. Das ist aber diese. Deswegen nehme ich diese Bombe. Ich habe mich selbst in die Luft geschmückt. Diese Bombe ist so wack. Oh mein Gott. Fluch und Segen zugleich diese Bombe. Okay. Chaos Min. Chaos Min. Oh, oh, oh. Wo bin ich? Ich bin rechts. Okay, Player One. Okay. Nein. Bei mir ist eine Bombe. Oh mein Gott. Warum sterbe ich denn überall von fünf Sekunden? Überall ist ganz so nett. Ah, das ist doch einfach. Oh Mann. Weil du Deppert bist. Du bische Deppel. Das ist eine Katastrophe dieses Spiel. Okay. Eisilsel. Oh, Eisilsel. Eisilsel. Dann mache ich jetzt kurz einen Prozess mit der Gelben. Ja, schmeiß sie runter. Lassen müssen auf die Gelben. Auf die Gelben. Oh, die weg. Mit dem Wind. 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 Nein, nicht mit dem Wind. Mit dem Wind. Auf gar keinen Fall. Okay, lass dich nicht zerquetschen. Rennn! Danke dir. Kein Problem, Mann. Ioooooooh. Niemals. Was, Dinger? Wir wurden alle drei einfach von diesem Einstein erwischt. Oh mein Gott. Einfach absoluter Kitsch. Alter, du hast einfach mal ein Life gerettet. Weißt du, was ich jetzt mache? Oh, what. Ich töte mich jetzt für dich, okay? Du hast mein Leben gerettet. Ey, aber bring die anderen um. Ah ja, du hast recht. Mach Ehrenaktion. Hast du dich jetzt schon getötet? Nö, nö. Okay. Jetzt draufhauen, draufhauen. Okay. Boah. War das gerade knapp, Mann. Mann. Okay, gelb habe ich runtergeschubst. Okay, lass den Wikinger da gleich wegmachen. Chaos-Mien. Ah, das stimmt. Ich bin ja tot bei den Chaos-Mien. Äh, äh, äh. Da ist er. Lars, hol ich dir schnell. Da oben ist er. Der Topf, der Topf. Ich kann da nicht dran. Ich muss da irgendwie hochklettern, so komisch. Ich hole mir lieber hier die Dias. Kannst du nicht springen, oder was? Nö, kann ich nicht. Nein. Ah, hier bin ich tot. Oh nein, Hilfe, ich bin tot. Ich bin einfach wieder erschlagen worden. Aber das wird ein kurzer Prozess wieder umprügeln. Mann, da war wieder so eine Bombe. Ich habe das. Oh nein, nein. Ich hauste das. Ist der dumm? Ist der Wikinger dumm? Der Wikinger läuft da oben einfach rum. Der nimmt den Topf nicht. Ja, der ist ein bisschen dumm. Dummi, dummi. Ja, richtiger Dumbo. Komm, du hast mal die Gelben hier jetzt fertig machen. Ich werde jetzt auch die ganze Zeit mit meinen Münzen wechseln. Ja, 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 mach, 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 mach. Hä, was? Ich dachte, du bringst dich um, du Arsch. Nein, du bist doch noch am Leben. Jetzt hier drauf. Hier wollte ich machen. Du hast mich getrunken. Hä, ich habe nichts gemacht. Oh, wie ich dich jetzt umbringen werde. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Wirklich, Roman. Du hast mich gerade eben einfach rausgeschlagen. Ich wollte den Wikinger raushauen. Guck, ich mache jetzt Selbstmord. Hier, hier, hier. Bleib am Boot. Nein, 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 ich mache Selbstmord. Nein, ich mache Selbstmord. Guck, ich mache Selbstmord. Zack, ich bin schon tot. Warum hast du nicht den Gelben immerhin geholt? Nö, weil du gesagt hast, dass ich angeblich dich gekillt habe, aber das stimmt gar nicht. Jetzt, jetzt. Hol dir die Sachen. Hol dir die Sachen. Roman, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, das war knapp. Du kannst fliegen. Bist schneller, meine ich. Lauf irgendwo hin, wo Dings. Bleib da. Das ist ein Item. Ich laufe rüber. Oh, knappe Geschichte. Oh, was habe ich da jetzt? Ich habe eine Bombe bekommen. Los, leg, leg, leg und renn. Oh, nee. Leg und renn. Leg jetzt zu ihr. Genau. Ich habe sie. Ich habe sie, top. Ich habe sie, top. Oh mein Gott, Alter. Ich habe sie echt mit der Bombe gerade geholt. Nice, GG. Was ein Finale, Junge. Was ein Finale. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Aber ich habe in allen anderen Spielen richtig abgelost. Was? Der Wikinger? Was geht denn da ab? Ja. Fuck. Alter, aber das war safe, nur weil ich einmal, obwohl, ich hätte auch mehrmals 25 gewinnen können. Ich habe trotzdem gewonnen. Nice. Ich bin aber letzter geworden. Ich würde am liebsten die Folge jetzt so stehen lassen, aber sonst kommen wir nicht auf 10 Minuten. Deswegen machen wir jetzt weiter. Mauja habe ich. Na ja. Neue Runde. Neue Runde. Boah, das mag ich überhaupt nicht. Das mag ich gar nicht. Topfrennen. Oh. Uiuiui. Der hatte da den Topf. Der hatte da den Topf. Al Caramba, muchas gracias. Uuuuh. Da bin ich aber ganz schön lang mit dem Topf weggelaufen. Nicht schlecht. Jetzt mach ich hier mal kurz ein Prozessi hier. Ich mach mal einen kurzen Prozessi. Einen kleinen Expressi. Oh. Ne. Das sind diese Bomben. Diese Bomben machen das so schlimm. Jetzt habe ich mit einer Bombe einfach alle geholt. Was soll das? Du hast mit einer Bombe drei Leute gegrillt. Ja. Hier, letztes Mal ist hier aber einer von einer Kugel alleine gestorben. Danke dir. Das mache ich nicht nochmal mit. Nochmal sterbe ich nicht. Ich bin tot. Das hast du verdient. Weil ich zu gierig war. Ich war... Ich sag so wie es ist. Ich war zu gierig. Du bist ein gieriger, gieriger Sack. Ich habe sowas zu sagen. Na. Ja, das entspannt. Was ist die für Bomben schmeißt. Die Bombe ist zurückgeprallt. Die Bombe ist zurückgeprallt. Oh mein Gott. Das ist richtig zu krass. Das ist einfach nur Schlachtfeld. Schlachtfeld um Geld. Oh mein Gott. Ich kann mir das nicht antun. Das ist zu schlimm für meine Nerven. Hör auf, Roman. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich werde dich nie wagen. Wir müssen doch gegen die Gelben noch spielen. Spiel du doch gegen die Gelben. Letzte Runde hier schön abgesahnt. Und hier einen draufgebracht. Jo, angeblich. Guck mal, ich bin hier auch zermatscht worden eben in dem Level. Guck mal, ich hüpfe jetzt hier so wie so ein Stupido hinterher. Oh mein Gott. Da ist der goldene Topf. Saftig. Sehr, sehr saftiger. Schöner Topf. Freu dich doch auch mal für mich. Ich freue mich doch auch für dich. Du bist einfach kein richtiger Freund. Das ist dein Problem. Bitteschön. Habt ihr Spaß mit dem Topf. Bist du gerade gestorben? Nein. Yo. Lass mal hier richtig schön allen abfarmen in dem Spiel. Digga, das geht. Das wird unendlich lange gehen. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Ich werde einen neuen Rekord. Ich werde so viele Punkte jetzt in dem Spiel machen, dass am Ende, wenn dieses Dings kommt, wenn diese Anzeige kommt, gehe ich einfach aus dem Bildschirm raus. Von der Säule her. Ja. Ui. Wo steh ich denn da? Boah. Hilf, hilf, hilf. Entspannt die? Okay. Okay. Hö, das Ding. Hö, das Ding. Hä, wer hat? Wer hat? Ich hab, ich hab. Ah, ich bin tot, ich bin tot. Du bist tot. Ich kann auch nichts mehr einsammeln. Ich bin tot, okay. Okay, okay, okay. Hier, der Leidensberg. No! Yeah! Haha, Digga. Ist nicht wahr. GG. Ist nicht wahr. Das ist, glaub ich, sogar das letzte Level jetzt. Was? Mals, oder? Doch, doch. Ich glaub, das ist das letzte. Wenn einer jetzt noch stirbt, dann denkst du... Ah, nee, doch, nicht Stein an der Berg. Nee, es gibt noch den hier. Da spielen wir, glaub ich, gerade noch gegeneinander. Ja, ja, ja. Hier, zieh mal ab. Zieh mal Leine, Larsi. Verprügel dich jetzt hier in der Ecke, Mann. Nein, mein Bild! Ich werde dich jetzt in der Ecke da verbringen. Nein! Oh mein Gott. Dass, wenn es dein Win nicht wird, dann weiß ich auch... Oh mein Gott, du hast den Topf nicht aufgehoben. Ich hab den Topf nicht aufgenommen. Ich bin so dumm, Mann. Nein! Ja! Ich hab ihn. Ich hab ihn, 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 ich hab ihn. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm! Es ist das Finale. Oh mein Gott, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viele Punkte ich hab. Bisschen was muss ich haben. Oh mein Gott, du bist ganz, ganz oben. Ganz, ganz, oben. Ganz, 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 ganz. Oh mein Gott, oh mein Gott, guck ihn dir an. Wie er aufholt, wie er... Nein! Oh mein Gott, oh, das war aber so mehr Glück als Verstand, ey, wirklich. Ganz schlimm, ganz schlimm, Mann. Ich hab halt legit gedacht, du gewinnst, wirklich. Oh, ich hab auch gedacht, dass ich viele... Oh mein Gott. Aber ich hätte, hätte ich den Topf genommen, hätte ich den Topf aufgenommen, hätte ich gewonnen. Hätte ich den Topf aufgenommen. Ich bin so dumm. Ich wollte die anderen Münzen noch mitnehmen, weißt du? Ich wurde gierig, da wurde ich sehr gierig. Dankeschön, Dankeschön. Wir sind fertig mit Marooners. Ciao, Leute! Ciao!